Hallo, mein Name ist Jim Panso und ihr seht heute eine ganz neue Serie auf meinem Kanal. So ganz neu ist sie allerdings nicht und ich bin mir sicher, dass für den ein oder anderen jetzt auch so ein ganz kleines bisschen die Hölle zufriert. Aber ganz ehrlich, wenn ihr Call of Duty Ghosts oder Call of Duty auf meinem Kanal nicht sehen wollt, ihr seht es ja in der Vorschau und in einem Titel und so weiter, dann guckt es euch einfach nicht an. Ich bringe genauso viel Battlefield wie vorher auch. Call of Duty ist bei mir ein Spiel, das ich zwischendurch immer mal ganz gerne spiele. Da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein. Und Battlefield wird und ist und wird auch in Zukunft nach wie vor meine Nummer 1 bleiben. Also das hier ist die neue Serie bzw. eine leicht angepasste Serie, die es bei mir schon gibt. Der Reverse Feldversuch, nur halt eben für Call of Duty Ghosts bzw. Call of Duty allgemein. Also in dieser Serie geht es im Prinzip darum, dass ihr mir mit dem Setup, das ich euch hier vorstelle, das Ganze nachspielen könnt und dieses Video dann bei YouTube hochladet und es mit einem Hashtag im Titel versendet und verseht und zusätzlich dazu bei mir in den Kommentaren als Link hinzufügt. Dann kriegt ihr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich kriege ein bisschen was von euch zurück im Sinne von, ich gucke mir mal ein paar Leute an, was die daraus gemacht haben. Kommentierte Videos sind bei mir natürlich immer gerne gesehen und stehen höher im Kurs. Außerdem, wenn mir Sachen sehr gut gefallen, verlinke ich die auch gerne mal. Das heißt, ich poste die bei mir bei Facebook, bei Google+, bei Twitter, je nachdem, wie ich gerade so Lust und Laune habe. Das ist keine Verpflichtung, ja, nichts falsch verstehen, das ist einfach nur so, wie man auf YouTube interagiert. Das heißt, wenn man was sieht, was einem gefällt, sagt man, alles klar, das finde ich toll, mache ich einen Haken dran, beispielsweise ein kleines Däumchen oder ich teile das dann halt auch mal ganz klar weiter. Wenn euch dieses Video hier gefällt, könnt ihr beispielsweise was in die Kommentare schreiben oder das ganze Ding natürlich auch selber teilen. Das ist sowas, was mir persönlich am meisten zurückgeht. Dieses Däumchengeklicke, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das bringt uns in unsere großen Ordnung. Auch bei mir bringt das ehrlich gesagt noch nicht so wirklich viel. Also ich komme da, glaube ich, nicht so schnell auf irgendeine komische Startseite, die eh keiner mehr aufruft und keiner kennt und deshalb, also ein Video teilen finde ich immer richtig super und genauso wie Kommentare unter die Videos schreiben. Das finde ich persönlich auch nice. Also, alles verstanden? Im Prinzip schreibt ihr nur das Hashtag ReverseGhosts mit in den Titel rein und kopiert dann einfach nur den Link zu eurem Video mit bei mir in die Kommentare mit rein. Könnt auch noch kurz was dazu schreiben, aber am besten nicht so viel schreiben, weil sonst geht euer Link wieder mit unter, dann wird das so umgebrochen. Ist aber auch egal. So, ihr spielt bitte hier den Abschuss bestätigt. Die Map ist natürlich egal, das muss nicht die gleiche sein. Mit der Bulldog, also sprich hier die Shutgun, mit Magazinerweiterung und Mündungsbremse. Das ist auch das, was ich hier gerade drauf habe. Und dazu nehmt ihr die Perks Beweglichkeit, Marathon, ruhige Hand, schnell ziehen und verstärker. Also nochmal im Einzelnen die Bulldog mit Magazinerweiterung und Mündungsbremse und dazu die Perks Beweglichkeit, den Marathon, ruhige Hand, schnell ziehen und den Verstärker. Ich bin mal gespannt, was ihr da für geile Gameplays mit hinbekommt. Ich kann nur sagen, das ist eins meiner Lieblings-Setups überhaupt hier für Call of Duty Ghosts. Damit kriege ich je nach Map natürlich und natürlich auch, was für Gegner dann halt auf dem Ding drauf sind, richtig gute Gameplays hin und kann, hab auch schon das ein oder andere Mal hier so eine Free-for-All-Runde in diesem Ding hier gezockt und auch gewonnen. Und das sind auch schon die beiden Spielmodi, die mir bei Call of Duty richtig Spaß machen. Also ich hab vorher behauptet, beziehungsweise auch mal ein Video darüber gemacht, warum Battlefield mir mehr Spaß macht als beispielsweise ein Black Ops 2. Und im Großen und Ganzen muss ich meine Meinung nicht großartig ändern, beziehungsweise hat die sich nicht großartig verändert oder entwickelt in diesem Sinne, sondern einfach nur, das hier hat nichts mit Battlefield zu tun. Das ist ein vollkommen anderes Spiel und diese beiden Spielmodi, die finde ich richtig cool. Free-for-All ist ein ganz klassisches Deathmatch, finde ich super. Und Abschluss bestätigt ist für mich so ein Ding, das finde ich, das hat schon so ein bisschen Partyspiel-Charakter. Black Ops 2, die Partyspiele, die es da gibt, ja, mit One on a Chamber und, keine Ahnung, Scharfschütze und den ganzen anderen Rotz, finde ich persönlich macht auch Spaß. Das sind so richtig coole Fun-Mods, die man in so einem Shooter richtig gut gebrauchen kann. Und Battlefield hat halt für sich in meinen Augen den Anspruch, dass sie sich ein bisschen zu ernst nehmen. Das heißt, die machen diese Fun-Mods da absichtlich nicht mit rein, weil das halt so ein, ich will jetzt nicht sagen seriöses Spiel sein soll, aber es soll halt schon so ein bisschen in diesen Realismus-Faktor reingehen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil solche Mods würden Battlefield richtig, richtig gut tun. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das, selbst wenn es das nur als DLC geben würde und man gar nicht genötigt ist, das automatisch mit runterzuladen, beziehungsweise zu kriegen, ja, ich würde es mir holen. Das wäre eine richtig coole Alternative zu dem normalen Team-Deathmatch und Domination-Modus, den wir alle schon kennen und auch hoch- und runterspielen. Aber wir wollen heute hier nicht über Battlefield sprechen. Das hier ist natürlich ein Call of Duty-Video. Und da möchte ich gar nicht so oft Battlefield, 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 Battlefield sagen, weil ich ja weiß, dass der eine oder andere damit vielleicht auch ein kleines Problem haben könnte. Also, Call of Duty-Ghosts, ich bin hier unterwegs und das ist nicht mein bestes Gameplay. Ich habe bei Commander Krieger noch in den nächsten Tagen das ein oder andere Video in der Warteschleife, das wird in den nächsten paar Tagen hochgeladen, das schneide ich deutlich besser. Ich habe jetzt hier mal absichtlich ein nicht so gutes rausgesucht, beziehungsweise wollte das hier auch mal veröffentlichen, weil ich finde, man muss nicht immer so die besten Dinger zeigen. Dann sieht das irgendwie so ein bisschen so aus, als ob man einen völlig anderen Skill irgendwie hat, beziehungsweise so tut, als ob man irgendwie besser wäre. Und das bin ich einfach nicht. Ich bin ein Spaßspieler. Ich bin ein Spieler, der einfach nur Freude daran hat, wenn mal was gut funktioniert. Aber ich definiere mich jetzt nicht über meinen Skill, den ich in einem Spiel habe. Wenn mal was gut klappt, kann man damit ein bisschen angeben. Aber Leute, die permanent mit ihren Skills irgendwie angeben oder wie schlecht andere Leute dann beispielsweise sind, das geht mir persönlich so ein bisschen auf die Eier. Und das ist bei mir bei Battlefield genauso wie bei Call of Duty. Also wenn ich gegen Leute spiele, die permanent gewinnen, dann suche ich mir natürlich eine andere Lobby oder bei Battlefield einen anderen Server. Und das finde ich ist auch gar nicht verwerflich. Aber ich bin keiner, der die Runden größtenteils vorzeitig beendet. Ich weiß, das machen viele von euch natürlich auch und es ist auch legitim. Ich mache sowas nicht, wenn ich so eine Runde hier free for all oder abschlussbestätigt angefangen habe. Sei es, dass sie noch so schlecht läuft. Ich weiß genau, früher oder später knicken auch die Leute, die richtig gute Kills machen, einfach ein. Weil man meistens diese, ich sage mal diese Performance, also diese Leistung, meistens nicht rund um die Uhr, also komplett die ganze Runde lang halten kann. Und wenn doch, Daumen hoch, finde ich gut. Aber meistens halt nicht. Und auf diesen Moment warte ich meistens, also wenn ich halt ganz normal weiterspiele. Und verändere auch so ein bisschen meinen Spielstil. Das heißt, dass ich nicht die ganze Zeit nach vorne rushe und immer noch versuche, doch noch ein bisschen schneller zu sein. Weil meistens sind es die anderen halt doch, weil sie vielleicht bessere Perks mit dabei haben, die ihnen kleine Vorteile bringen oder vielleicht auch eine Waffe haben, die auf die Entfernung, auf die sie mich angreifen können, immer einfach ein bisschen besser ist. Weil die Bulldog, ganz ehrlich, auf mittlere Entfernung geht die so gerade eben noch, macht aber schon weniger Schaden, so jetzt, wie ich es für mich empfunden habe. Und auf Entfernung ist das Ding nutzlos. Es macht einfach keinen Schaden. Das heißt, man muss immer möglichst schnell ran an die Gegner, beziehungsweise möglichst dicht ran an die Gegner. Und deshalb habe ich hier auch Beweglichkeit und Marathon mit reingeholt. Und natürlich auch Schnellziehen, ruhige Hand und Verstärker. Das ist für mich so ein richtig gutes Paket, das einem ermöglicht, hier richtig gut, ja, ich sag mal, auf die Gegner einzugehen. Ich weiß, hier gibt es natürlich noch Leute, die jetzt mir sagen, pass auf, spiel bitte dieses Perk. Und das finde ich auch gut. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, was ihr ändern wollen würdet. Also welches Perk ist jetzt für meinen Stil, den ihr hier gerade seht, also Run and Gun, einfach nur besser geeignet. Hier fehlt mir beispielsweise noch der Plünderer. Ja, das wäre noch so ein Ding, das hätte ich mir hier noch gewünscht. Das fände ich persönlich auch cooler, wenn das hier noch mit drin ist. Habe ich nicht dabei, kann ich auch nicht mit dabei nehmen, außer ich verzichte hier noch auf diese Killstreaks. Und bei den Killstreaks weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe den Hund, das Geschütz und irgendwas anderes, was ich hier in dieser Runde auch gar nicht erreicht habe mit irgendwie mit drin. Ist für mich nicht wirklich wichtig, weil ich bin jemand, der weniger Spaß an diesen Killstreaks halt irgendwie hat. Wenn man sie mal erreicht, ist das ganz cool. Aber im Großteil spiele ich diese Spiele natürlich, also die Shooter natürlich, um als Shooter im First-Person-Shooter-Bereich da richtig Gas zu geben. Und da brauche ich im Prinzip diese overpowerten Killstreaks nicht. Wobei ich sagen muss, bei Call of Duty Ghosts finde ich die Killstreaks bei weitem nicht so overpowered, wie es in Black Ops 2 der Fall ist. So Lodestar und diesen ganzen anderen Rotz, ja. Hier gibt es natürlich auch starke Killstreaks, muss man sich keine Illusionen machen, aber im Großen und Ganzen finde ich es hier schon ein bisschen besser. Schlechter finde ich allerdings, und das ist jetzt noch eine leichte Kritik an Call of Duty Ghosts, dass man hier so wahnsinnig schnell stirbt. Wenn man nicht richtig aufpasst und wenn man nur ein bisschen getroffen wird, ja, also bei den meisten Situationen kippt man einfach um und das finde ich persönlich nicht so gut. Aber gut, das ist halt die Art und Weise, wie dieses Spiel funktioniert, also wie Call of Duty Ghosts rausgebracht wurde. Und ich glaube, da muss auch nichts genervt, gepatcht oder irgendwas verändert werden. So ist einfach das Spiel. Wenn ich was anderes spielen will, dann spiele ich was anderes. Und ich finde diese Jammerei, egal ob es Call of Duty oder Battlefield ist, auch immer so ein bisschen am Thema vorbei. Ja, ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass eine Waffe scheiße ist oder ich mit der Waffe nicht umgehen kann, dann weine ich doch nicht irgendwie so laut beim Entwickler und sage, ich möchte aber, dass die Waffe besser funktioniert. Dann nehme ich einfach eine andere oder gewöhne mich an diese Waffe dabei. Natürlich gibt es manche Geschichten in Battlefield und natürlich auch in Call of Duty, wo da muss man ganz klar sagen, die ist vielleicht ein bisschen so stark, aber dann ist das nun mal so. Fertig, aus, Ende. So, zurück zum eigentlichen Thema hier. Reverse-Feldversuch ist es nicht. Das ist hier der Reverse Ghosts. Und für alle von euch, die jetzt immer noch dabei sind, Daumen hoch. Ich weiß das zu schätzen und ich weiß natürlich auch, dass die meisten Leute mir hier wegen Battlefield folgen beziehungsweise Battlefield-Videos bei mir sehen werden und wollen und auch natürlich in Zukunft noch geliefert bekommen werden. Call of Duty Ghosts ist für mich immer nur so ein kleines Spiel für nebenbei. Nee, ich spiele das manchmal auch an manchen Tagen ausschließlich, aber größtenteils verbringe ich meine Zeit so, ich sag mal, zu 75% mit Battlefield, zu, ich sag mal so, 15% für Call of Duty und der Rest geht dann halt bei anderen Spielen bei drauf. Hier seht ihr, das zweiten Platz habe ich geschafft. Für meine Verhältnisse ist das richtig gut. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf eure Videoantworten. Hinterlasst alles, was ihr möchtet. Kommentierte Videos stehen bei mir immer hoch im Kurs. Unkommentierte Gameplays, naja gut, da schaue ich mal rein, wie sie gespielt haben, wie die das gemacht haben, was für Perks da mit bei sind. Aber solange da kein Kommentar mit drauf ist, weiß ich damit meistens nicht so richtig was umzugehen. Mein Name ist Jim Panze, ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in meinem nächsten Video. Haut rein und habt ein schönes Wochenende. Ciao und tschüss. Du willst mehr von Jim Panze? Dann schau am besten auf Facebook, Google+, Twitter oder Twitch hier vor vorbei, um nichts mehr zu verpassen.